viele leitungen wahrscheinlich erst mal in meinen schrank packen sollte ich brauche wirklich in taschen dabei das stimmt ja 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 darum das stimmt doch mag ich das höchste so leise kritik nähe aber es ist tatsächlich so ich immer immer wieder gehe ich los und habe einige taschen voll und die hosen übrigens auch und dabei habe ich doch jetzt hier schön alles rein liegen quatsch mein kupfer und alles ist doch super meine medikits die behalte ich lieber an behalte ich mal noch so wie werde ich auch mal gleich eins benutzen und die ach so hier die ömmels die brauche ich ja jetzt auch erst mal nicht die stangen so das brauche ich gerade eigentlich auch nicht keine energie so genau die röhren sage ich ja die röhren brauche ich ja gar nicht vorerst schade dass man das echt nicht im multiplayer machen das wäre eine richtig coole nummer also ähnlich tatsächlich wie bei arg diese fische man kann nicht schnell wegschwimmen das ist so schade versuche ich doch nur jetzt ein bisschen heller wird das noch haben und ich war das jetzt kein fehler ein bisschen quatsch aber ich will noch mehr weg weg da kann man auch irgendwie nichts gegen machen ne das ist echt ein bisschen blöd blie und tot nein 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 so da gab es noch ein bisschen was ach es ist schön leute das macht spaß ich hoffe euch beim zuschauen auch mir geht es nämlich immer so bei solchen spielen wenn man also so spiele immer besser kennt man guckt jemand anders zu und denken also schon hat doch mal das das macht doch mal das wieso macht er das denn jetzt nicht wieso sieht er dies nicht und wieso sieht er denn das nicht ich meine ich bin da kein guter zuschauer ehrlich gesagt ich hoffe euch gibt es nicht so dass jemand denkt ich weiß gleich hier irgendwo rein in die tischkante oder manu irgendwas nicht sieht auf jeden fall kupfer und hier sind auch schwer irgendwas ist ein bisschen titan alles klar okay also das heißt dann einfach die heißen ja a loch fische beziehungsweise ich sage mal arm schlauch fische aber an vorbei schwimmen das stimmt dann krachen die natürlich in die andere richtung das stimmt was in der höhle das problem ist lexi ich weiß nicht mehr wo diese höhle ist das ist das problem ich sag doch ich habe ich habe eine orientierung wie eine bockwurst echt das ist ganz schlimm ich bin froh dass es mir anzeigt das programm das spiel wo meine kapsel ist deshalb habe ich da auch erst mal die station gebohrt in der nähe ach nicht in der höhle ach so ach so soll hier noch so ein bisschen absuchen am grund meinst du so ganz normal hier zum beispiel das schöne ist ich kann ja auch schon ein bisschen schneller schwimmen und auch schon ein bisschen mehr sauerstoff tank und also ein bisschen mehr sauerstoff dabei eigentlich ganz praktisch kann ich hier noch was kennen irgendwie nicht schon gemacht es war ja gleich am anfang das ganze auch nicht auch nicht auch nicht ach so ist auch nichts weiter ich glaube das habe ich ja schon auch nichts so eine höhere da ist wieder sauerstoff das cool wie das funktioniert echt eine super nummer da kommen noch mal hin korelle kommen auch noch mal wups klub super schön ein bisschen metall gefunden wir müssen was rausholen definitiv definitiv also dass man die pflanzen ist echt ein super tipp das wird man wahrscheinlich immer wieder gut brauchen können die teile bräuch nachher für eine batterie ja ist ja gut ich hab doch schon ganz viel quats gesammelt eins um ganz genau zu sein dieser metallschrott ist ja auch nicht so schlecht da ist quatsch zwei quatsch das reicht doch auch schon da ist noch mal so ein stein ich habe tonnen von titan das stimmt ja naja ich muss auch alles mitnehmen was ich finden kann hier noch mal rein wie viel noch mal so ein blick das ist mir so funktioniert und noch mehr quatsch und da ist noch mehr quatsch und noch mehr quatsch ach guck mal hier ach guck mal kommt wieder so ein kackfisch raus das war der ruf medikit so wie viel und inventar ist voll man gut durch den säurepilz doch nochmal erstmal raus dass ich das quatsch noch sammeln kann noch mehr quatsch noch mehr quatsch also das war ein super tipp wiesel vielen dank mit dem mit dem ganzen schrott ja 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 hat doch nichts alles gut das war ein wirklich schönes spiel mein gott muss man immer wieder sagen was habe ich denn da habe ich noch mal drin gehabt okay guck mal guck mal an so da muss ich noch mal eben rein dann kann ich nämlich diesen die metallschrott noch mal eben umwandeln da habe ich wirklich tonnen von titan das macht habe ich mir angeguckt tatsächlich habe ich mir auch tatsächlich gekauft für die ps4 gab es mal ganz günstig ähm ist irgendwie ganz nett aber irgendwie ne ist nicht so mein spiel so jetzt kann ich meine ich in jedem fall ich guck mal gerade eben ein solarmodul bauen cool das mach ich gleich mal eben mal gespannt wie ich das platzieren muss ob ich das jetzt wasser im solarmodul wäre ja quatsch ne etwa doch oh etwa doch aha aha das ist ja irgendwie naja gut wenn ihr das muss ich nur noch hier nochmal ach wie das funktioniert schon habe ich jetzt schon habe ich jetzt schon sauerstoff ich habe doch die ich habe doch die leitung gar nicht richtig verlegt okay ich muss nochmal gucken das ist ja genial aber die leitung ist doch noch gar nicht guck mal die leitung ist doch noch gar nicht dran du brauchst die leitung nicht was wieso sagt ihr mir das ich will aber nö ich will jetzt die leitung haben achso das ist quatsch ne ich brauch die gar nicht ich mache einfach hier energie das ding ist an und schon habe ich das habt ihr doch gewusst die ganze zeit aber wie kriege ich jetzt raus diesen mehrzweckraum zu bauen ja natürlich ihr seid mir schon so strategen alles klar muss ich finden alles klar okay das mache ich ich glaube ich hätte hier gerne noch so ein am besten segleiter auf naja mache ich mache ich ich will jetzt erstmal noch irgendwie bisschen lustig hier ein bisschen bisschen anbauen das finde ich gerade irgendwie schön das fasziniert mich gerade ganz gut aus Vielen Dank.